Leute, schaut mal, der Matti ist ja ein Anhänger von Lord Voldemorts. Ja, bin ich. Hier. Wir haben gerade schon gesagt, ich habe hier einen tätowierten Aal. Du bist ein Aal. Ja, ein Aal. Moin. Hier ist übrigens einer, der uns nicht mag. Warte, 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 warte. Frisst der drei Raketen? Ja, der ist ein harten. Ach, guck mal. Sein kleiner Bruder ist auch hier. Obwohl, warte mal, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, ich glaube, da war schon gleich, oder nee, war das da? Wo war denn jetzt dieser Gefechtsanzug, den wir besticken müssen? Ich will übrigens mal sagen, dass das Kacke unhöflich von diesem Spiel ist, dass es kein Friendly Fire gibt und ich mich aber selbst mit dem Raketenwerber abbadern kann. Ja, das glaubt man dann nicht. Man denkt, ja, du bist safe. Nee. Das ist scheiße, das ist ja wieder wie in Doom. Geht doch nicht. Ja, Granat. Okay, wir haben jetzt noch einen Loader bestückt, aber wir haben hier keine Lost Legion. Also deswegen, der kann da gerne mal rumlaufen. Was hast du gesagt? Weyo. Das ist jetzt ein Jack. Weyo. Ach, guck mal hier. Ah! Hey! Reden die jetzt miteinander? Guck mal. Bist du süß? Nicht umbringen. Guck mal, die mögen sich. Die haben sich lieb. Hi. Oh Gott. Oh, jetzt hat er sich bewegt. Der eine ist aber auch böse. Ne, der ist nicht böse. Guck mal, die spielen nur. Ne, das ist voll gemein. Er will ihm hier die Hand geben, guck mal, aber der Trommelfeuerkampfanzug macht nichts. Ich will jetzt erstmal ärgern. Du kannst doch nicht einfach unseren Freund hier Handschlauch verweigern. Jetzt läuft er einfach weg, als wäre nichts passiert. Der ist traurig. Stell mal vor, du willst jemandem die Hand geben und der sagt dann, ne. Du bist dann die Mühe. Ich will das nicht. Ich will dir nicht die Hand geben. Das ist total unhöflich. Das macht man nicht, Leute. Das macht man doch nicht. Ich finde, das gehört sich. Ich finde ja auch, das gehört sich. Okay, jetzt müssen wir natürlich wieder ein Stockwerk drüber. Warte, lauf nicht weg. Ich finde doch den Weg nicht. Oh, scheiße. Das ist noch ein Stockwerk drüber. Ich glaube, dann müssen wir hier lang. Knachts, knachts. Äh. Ne. Das habe ich im letzten Part versucht. Das war nicht so erfolgreich. Was ist hier denn? Da ist schon wieder die Tür zugegangen. Maddy hears her. Maddy doesn't hear her. Du musst mir wieder hier die Tür aufmachen. Ich kann nur nochmal runterfahren. Scheiße. Okay. Warum geht die Tür? Ich habe hier keinen Knopf. Doch, hier. Warte. Moin. Hallo. Das ist ja ein Panic Room. Nur dass man... Release die Kitten. Falsch rum. Also Panic Room ist ja dafür da, dass da keiner reinkommt. Und der ist... Da haben die die Betriebsanleitungen eben rückwärts gelesen. So. Hier müsste jetzt der Loader sein. Da ist er doch. Moin. Transformers. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er in seiner rechten Hand eigentlich eine Knarre hätte tragen sollen. Hallo. Er macht das so wie Tenshinhan mit seinem Finger. Tiu tiu. Tiu tiu. Tiu tiu. Also irgendwie haben wir die Quest jetzt abgeschlossen. Irgendwas... Irgendwie ist das gerade super verbuggt, dieses Spiel. Ja. Eigentlich sollte das ja so sein, dass hier noch ganz viele Gegner sind, die der dann wegfletschen kann. Aber die sind ja aus. Das ist... Shopping? Ja, alles voll hier. Gab ja nichts zum Kämpfen heute. Ja. Ach. Ich bin so faul gerade. So. Alles... durch. Jetzt müssen wir nochmal zu Jackie zurück. Mal eben... Where do you go? Ist das Game even finished? Ja. Müssen wir. Bei anderen Spielen gibt's... Da drückst du N und dann zeigt er dir so eine blaue Linie, wo du lagen musst. Oh ja. Oder im Bioshock hast du immer so einen kleinen netten Pfeil, der dir das zeigt. Ja, ja genau sowas. Aber ich hausse hier nicht. Okay, warte. Wuuu. Da kann man sich bestimmt ganz fies die Füße einklemmen bei dem Bioshock. Ja, ich glaube auch. Das ist nicht kindersicher. Oh, Jack. Haben Sie soeben ein Patent für explodierende Suizidroboter beantragt? Was haben Sie sich dabei gedacht, verdammt? Das... Das ziemlich geil ist? Er ist halt wenigstens ehrlich. Also du kannst dir von Jack halten, was du willst. Er vertuscht halt nix. Das stimmt. So, what are we gonna do now? Wir gehen jetzt Auge in Auge machen. Soll ich hier mal ins Auge fassen, oder? Soll ich hier mal ins Auge fassen, oder? Das hatte ich mindestens eine Woche lang. Nicht mehr in der Hand. Oder was hat Mav da noch gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Geile Scheiße. Ich muss jetzt eben noch mal Granaten kaufen. Jetzt fangen zu rein. Guck mal, ob ich noch was verkaufen kann. Ich hab gestern noch, äh... In Minecraft irgendwie was Gutes gesagt, irgendwas... Das ist ist aber ganz schön groß da unten, oder so. Yeay. Und Anne wieder nur... Das ist so schön. Anne sagt dann ja nicht, that's what she said, Sondern einfach nur . Ich lauf da einfach nach. Nur du weißt, was du küsst. Ja, ich weiß, was ich tun. Maddy heals ya, Maddy doesn't care. Ja, hier eine... Das sieht doch aus wie so eine Einladung da vorne. Aber ich glaube, hier drunter gibt es erstmal noch Weapons. Things and Stuffs. Ja, Weapons! Nix da hier Bullets and Stuffs. Na, I do not want it. Fällt mir gerade ein, dass ich immer noch nicht die letzte Folge Walking Dead gesehen habe. Das ist eigentlich ein Lawbringer. Das bin ich. Ich bringe the Law. Oh ja, neuer Raketenwerfer. Gib mir, gib mir. Oh yeah, Baby. Soll ich dich mal abschießen? Ich tu mir nur wieder selbst weh. Das ist eigentlich mal nicht so schlecht. Stop hitting yourself. Stop hitting yourself. Oh, das nehme ich jetzt. Pass auf, ich habe jetzt ein neues Auskirrt hier. Ja, dann dahin. Genau. Jog mich nicht. Mein Bauch ist voll Schokri. Hitz mich nicht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll Schokri. Okay, ich habe jetzt eine neue Auskirrt. Das ist natürlich geil, weil wir wahrscheinlich nie wieder das Sauerstoff so brauchen, aber das ist gut. Ja, das kurbelt die Wirtschaft an. Das ist schon okay. Ich habe jetzt auch keinen Moneys mehr. Aber okay. So gut, leit dir die Katzenbank was. Hier ist was, warte. Oh yeah. Yay! Okay. Ups. Okay, mach das mal. Ganz, ganz filigran. Raketenwerfer. Ja, genau. Hey, es ist nicht gescheitert. Nee, nee, es ist gut. Ganz vorsichtig. Waaang! Aber ich habe auf den Blauen geschossen, Alter Blau. Ja, ja. Das ist gut, ich sage gar nichts. Das ist jetzt was, was ich wahrscheinlich auch gemacht hätte, deswegen. Das Gespräch hätten wir auch gut andersrum führen können. Nee, ich hätte mehr geschimpft. Was machst du denn? Bist du dumm? Ja, okay. Da oben ist irgendwas, aber wie kommt man da rauf? Rocket? Von mir aus? Noch nicht, Rocket. Energiekern Beta. Moin! Ist hier Pipus? Ja, hier rein. Hey! Wie wäre es denn jetzt mit dem Rocket Launcher? Möchtest du? Schon tot. Schade. Tut mir leid. Ich kann dir ja auch mal ein bisschen mehr übrig lassen, wenn du möchtest. Verdammt. Oh nee, nicht nach jeder Rakete nah. Really? Ich habe mich daran gedacht, dass ich hier meinen Special Move nicht mehr aktivierte. Was ist das? Was ist das? Wir haben hier einfach mal einen mit seinem Schwert gezogen, Mario. Ich dachte, hier hinten wäre niemand mehr. Ah! Das bin ich. Okay. Oh, wir sind jetzt aber schon ziemlich nah am Laser, ne? Ja. Wir sind im Laser. Wir sind gerade quasi der Laser. Ich schieße mit! Ich habe gerade übrigens ein Level abgekriegt. Ich muss jetzt erstmal hier rein, warte. Ich kriege bald ein Level down, weil ich hier nur Blödsinn mache. Das wäre es, wenn das gehen würde. Einfach mal ein Level weniger. Ja, warum nicht? Die hätte ich gern. Puff, 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 puff. Die zweite Dahlkiste darfst du öffnen, wenn du willst. Okay, danke. Das nehmen wir. Wo ist denn hier noch eine Dahlkiste? Achso, aber da hast du ja nichts rausgenommen. Eine Waffe und hier ist noch eine zweite Kiste. Ja, bedien dich. Ja, pff, was denn? Ich habe eigentlich Waffen, mit denen ich relativ zufrieden bin. Warte mal, wo war die zweite? Hier, neben mir. Ah. Auch wenn der Rocket Launcher nur rote Pfeile nach unten hat, werde ich ihn behalten. Hier ist ein neuer Rocket Launcher. Yes! Und verursacht extra Explosionsschaden. Ich brauchte, das ist wichtig für mich. Oh mein Gott! Ron, ist das wirklich die Wahrheit? Ja, Patrice, dieser Raketenwerfer. Weil das du die small... Boah! Ja, viel Sp... Ist das ein bisschen heiß? Verdammt! Das war wichtig! Ja, pff. Die explodieren immer. Ich glaube, das Spiel will nur, dass du das richtige... ... im richtigen Moment triffst. Ja. Der Rocket Launcher ist doch nur so minimal riesengroß. Äh! Was ist hier denn los? Warte, warte! Da ist was im Boot! BAM! BAM! Er hat gar nicht mehr so viel. Guck mal hier! Hauptsache, ob ich ein Rocket Launcher ist. Ja, das ist dein Ding, ne? Warte, der ist eingefroren, den kriegst du... Rocket Launcher! Quatsch! Ohohoho! Das ist schon heftig mit dir hier, ne? Nachladen dauert halt nur... ... Jahrzehnte. Mir ist gerade danach. Ich will jetzt Rocket Launcher. Ich sammle mal den Mannis hier oben auf. So hab... Ah, ich wollte ihn gerade fletschen, aber dann habe ich noch sie. Ich hatte auch drüber nachgedacht. Äh, sorry, dass die so gruseliges Zeug verzapfen. Kleine Macke in ihrer Freundfeinderkennung. Ändere ich später. Wer? Moin! Im Fliegen treffe ich die ne... Nein, das ist ja gar kein Gegner. Woher soll ich das denn wissen? Oh nein, der ist wieder unsichtbar. Jetzt nicht mehr. Oh nein. Oh, scheiße. Au! Ach, da bist du. Nein. Nicht schlappen, Affe. Don't die. Don't die. Das ist übrigens total räudig, wenn die da oben sterben. Da muss man dann immer so ganz, ganz... Das ist deine Raketen hier. Das gibt es dann hier. Wutz, wutz. Das muss so. Uh, Level ab. Yes. Bing. Warte, warte, lass mich mal... Aber das war rot. Ja, das... Ich schieße nur auf rote Sachen. Warte. Ich wollte kurz meine Punkte verteilen. Ja gut, da kann ich auch noch mal ein paar Badass-Token ausgeben. Badass, das bin ich. Oh, hier hat das wirklich die Harten. So. I hast rockets, old damn rockets. Wo müssen wir denn hin? Nuggets. Nuggets? Yeah, Nuggets. Das sieht richtig aus. Laser, 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 laser. Freedom, freedom, freedom. Oi. Okay. So, hier sind wir. Sowas ähnliches habe ich schon mal gesehen. Nee. Oh. Ich war gerade selber von mir überrascht. Was? Ah, wenn gerade der Special Move endet und ich selber nicht ziele in der Dekunie. Nachladen am Arsch. Ich mache euch alle mit meinem Schwert fertig hier. So gut kennen wir uns da noch gar nicht. Äh, ich muss kurz nachladen. Ist gut. Tu dir keinen Zwanger. Wie bist du jetzt eigentlich gerade gestorben? Äh, das Ding ist geplatzt und ich damit. Achso. Ist dem Maddy geplatzt. Hier sind noch Darkisten. Yeah. Hallo. Warum können wir da nicht reinklettern, ey? Es ist übrigens saulange her, dass mal ein Endgegner hier war, ne? Ich glaube, bald kommt aber der riesen Super-Babu-Endgegner und dann... Ja, ich hätte eigentlich da gerne vorne auch so, weiß ich, so die Mighty Six oder wie war das? Die Great Eight. Genau, die Great Eight. So hieß es damals beim Mega Man. Great Eight. Die Waffen sind alle ziemlich gut, aber ich bin voll. Dann nimm dir doch einfach eine. Das ist immerhin für Level 22 alles schon. Ja, warte mal. Oh, Lazy. 19, 19, 22, 22, 12. Äh, kann ich hier wegschmissen einfach? Ja, doch, ganz. Ah, mal schon Platz. Ach, äh. Das war total teuer. Ja, aber ich habe hier gerade nichts. Äh, so, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Fast Revolver klingt nach was für mich. Ah, das hier ist immer so filmstrick mit dem Menü. So, Fast Revolver, bitte. Okay, der ist, glaube ich, jetzt gerade meine beste Waffe. Äh, ja? Ist... So, jetzt darfst du wieder. Oh, nee. Ding, 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 ding. Was, wieso mal das... Oh Gott, ist das schnell. Scheiße. Ja! Ach. Nee, ich nicht. Verdammt! Ist sonst noch hier irgendjemand? Anybody? Is anybody there? Nö. Kommst du da eben mit? Hier ist das. Ja, du wolltest ja noch verkaufen. Nö. Ja, wenn du so viele Waffen hast, hinterher kriegst du wieder was Gutes. Verkauf doch mal eben. Wollte ich nämlich auch noch machen. Die ist jetzt relativ schlecht. Ist auch schlecht, ist auch schlecht. Ach komm, alle weg damit. Benutze ich ja eh nicht. Ich habe noch viele Schilde hier irgendwie. Was steht hier? Sunshine Nova? Oh. Das ist nicht schlecht. für den Kapitalismus. Viel Glück. Bip, 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 bip. Es ist ein guter Tag. Voll der Möglichkeiten. Nina, gut für dich. Keine Gewährleistung. Keine Gewährleistung. Okay, Moment. Ja komm, ach ich verkauf's. Sehr geil. Hä? Ja, ich brauch keine Munnies. Brauchst du Munnies? Ja. Ich hab 23.000. 8.000. Wenn du 8.000 hast, dann bin ich der beste Tank der Welt. Das ist so nett von dir, danke. Na okay. Nur 8? Ja. Nur 8, ja. Ich hab... Wie oft hab ich schon Geld von dir angenommen? Ja, weil ich halt auch die ganze Zeit sämtliche Kisten hier. Hier ich aber auch. So. Ja, jetzt hab ich ein neues Schild. Oh, geil. Hast du der Witz? Hahaha. Nur Spaß. Je-de-de-de-de-de-de. Sonnenschein Nova brauch ich nicht. Hab ich gerade genommen. Ja, wenn einer von uns die hat, dann ist ja gut. Can you feel the sunshine? Oh, oh, oh. Part vorbei. Part vorbei. Okay, dann bis morgen. Tschüss. Bye. Bye.